Und natürlich möchte ich mich weiter in das Wort Gottes vertiefen. Ich möchte auch, wie ich das schon erwähnt habe, nach dem Coronavirus alle Fehler sehen, vielleicht was fehlt noch in der Predigt, noch vielleicht in irgendeinem Bereich und verändern die Dinge, die man verändern kann zum Guten für die Gemeinde, zum Guten für unser persönliches geistiges Leben. Und vielleicht habe ich nicht genug radikal gepredigt bis jetzt. Ich möchte jäßner, скаж ich so, radikal oder jäßner. Ich möchte sagen, dass ich noch radikaler oder noch klarer predigen möchte und die Sachen nach seinem Namen nennen und im Wort Gottes zeigen, was Gott darüber denkt, was Jesus darüber gesagt hat, was haben Aposteln gesagt und gelehrt. Ich dachte, ich habe mir schon zwar immer Mühe gegeben, ich habe mir immer Mühe gegeben und versucht, alles ans Wort anzuknüpfen oder aus dem Wort zu nehmen und zu zeigen, was sagt das Wort. Vielleicht sind wir auch nicht immer fähig, das zu hören. Und vielleicht gibt es in unserem Leben bestimmte Momente und Zeiten und Bereiche. Und ich habe auch bemerkt, dass manchmal hören wir das Wort Gottes zu oder lesen das wie gewöhnlich. Du liest es einfach durch und du siehst nichts. Alles, was du eigentlich schon immer gewusst hast. Und manchmal scheint es so, als ob Gott schon nichts mehr Neues zu sagen kann. Вроде бы наступает уже тот Moment, когда ты должен говорить Богу. Kommt irgendwie so ein Moment, dass du schon etwas für Gott bestimmst, was und wie soll sein. Wisst ihr, im Leben eines Menschen gibt es so bestimmt Wachstum, Alterswachstum. Вот дети примерно в таком возрасте, которые проходят под руку еще. У них всегда куча вопросов. Die haben immer Haufen Fragen. Fahr mit denen mal in die Stadt. Papa, а что это такое? Papa, was ist das? А почему это так? А что там он делает? А что они там делают? А что они там делают? А ой, посмотри! Ой, посмотри! Что к концу, к вечеру, если ты целый день с ними гуляешь, ты так счастлив, что пришло время, вечер в кровать. Wenn die Zeit gekommen ist, sich ins Bett zu leben. Потому что уже и вопросы эти достают. Weil die Fragen haben dich auch schon gepackt. Aber die wollen die Welt erkunden. Потом приходит такой Moment, когда они начинают учиться, то другое. И они все меньше и меньше задают вопросы. И они все меньше и меньше задают вопросы. А еще дальше. Обычно наступает такой момент, когда они думают, «Папа тут что-то глупости говорит». «Папа тут что-то глупости говорит». «Он старый модный, он ничего уже не знает». «Остал конкретно». «Остал конкретно». «Не переживайте». «Может вам не пройдет». «Может вам не пройдет». «Он еще лет десять спустя». «Он еще лет десять спустя». «Он еще лет». «Он еще лет». «Он еще лет». und wie hat er das überhaupt gewusst und wer wusste das weil er Papa ist dein Vater sieht auch und er weiß auch was uns erwartet wenn wir das Wort Gottes nicht schätzen seine Gebote deshalb hat er sich Mühe gegeben wegen uns damit wir ein Wort haben das er einmal durch seine Propheten gesagt hat durch seine Aposteln später selber der Sohn ist gekommen und die Bibel sagt wir haben treueste prophetische Wort und gut machen wir wenn wir das für uns nehmen wenigstens ein Amen wäre gut hier oder so na gut ob wir uns dahin wenden oder nicht letztendlich wird das Ergebnis bestimmen in deinem Leben ob du dich an das Wort Gottes wendest oder nicht ernsthaft wendest du dich an das Wort Gottes oder einfach so religiös traditionell da steht auch geschrieben in der Bibel da steht aber viel geschrieben und damit ist alles zu Ende und natürlich du kannst in allerbester Gemeinde sein 20 Jahre oder 30 Jahre wenn das Wort Gottes nicht für dich für dich nur deshalb weil es eine Bibel gibt selbst in deinem Haus vielleicht liegt sogar auf deinem Schreibtisch das wird dich nicht verändern habe ich das klar genug ausgedrückt oder nicht ihr wisst ihr dass im Kreml auf dem Tisch vom Präsidenten schon seit eh und je hat eine Bibel gelebt und ich bin mir ganz sicher dass heute die auch noch da liegt aber leider nur sehr wenige haben aus dieser Bibel Gottes Prinzipien rausgenommen wenn die diese Prinzipien genommen und angewendet hätten von Anfang an wie viel weniger wäre Blut vergossen worden seid ihr damit einverstanden ja dann würden die Prinzipien Gottes wenn man nach denen lebt funktionieren im Leben und natürlich wenn wir leben nach Prinzipien Gottes dann funktionieren die und bringen Frucht in unserem Leben das Thema meiner Predigt Duch Christoph Geist Christi letztes Thema war was ist der Geist Christi in demselben Geist möchte ich mich auch weiter fortbewegen heute will ich nur mehr zeigen wie sieht dieser Geist Christi aus damit wir uns selber prüfen können kann ich sagen dass ich den Geist Christi habe letztes Mal haben wir die Schriftstelle schon gelesen aus Röman wo Paulus sagt wir haben den Geist Christi und wer den Geist Christi nicht hat der ist nicht seins und wir haben festgestellt hier ist die Rede nicht über Taufe im Heiligen Geist hier ist die Rede über unseren wiedergeborenen Geist aber auch unseren wiedergeborenen Geist kann man nicht immer Geist Christi nennen und was wird dort eigentlich damit gemeint den Geist Christi zu haben weil wir wissen alle dass es Menschen gibt die wiedergeboren wurden haben sich bekehrt wiedergeboren aber geht eine Zeit vorbei und du siehst das Leben verändert sich nicht wie einer Geist mafiosischen hatte er hat einfach angefangen nur bitte zu lesen aber trotzdem hat er noch Mafiagedanken im Kopf er war zum Beispiel ein Räuber hat sich bekehrt ein Dieb hat sich bekehrt hat sich bekehrt er weiß dass es Sünde ist zu stehlen aber sobald er in die Gemeinde reingeht und sieht dass Handys einfach so frei rumliegen die 800 oder 1000 Euro kostet bei dem zittert schon alles und manchmal kann er sich schon nicht mehr zurückhalten nicht immer aber manchmal zum Beispiel oder wie diese Oma erzählt hat hat gesagt so eine gute Konferenz war zum ersten Mal war sie auf der Konferenz als sie nach Hause kam hat man gefragt wie hat sie die Konferenz geführt sie sagt so eine super Konferenz war das ich war noch nie auf so einer Konferenz war alles so wunderbar und zum Schluss von dieser Konferenz man hat noch einmal durch die Reihen mit Geld geschickt und sagt ich habe nur 20 Euro rausgeholt nur sie hat gedacht das kann man sich nehmen versteht ihr das du kannst du kannst in der Gemeinde sein vielleicht hast du auch irgendwie schon Gott erlebt aber du hast diesen Geist des Diebes innen drin niemand sieht dieses Mobiltelefon es liegt da und soll liegen versteht ihr das die meisten von uns juckt das überhaupt nicht weil du warst nie ein Dieb aber ein Dieb der sieht immer wo etwas liegt was man sich nehmen kann und was soll man machen ja das war deine Erbschaft vom früheren Leben aber Gott möchte dich verändern er möchte diesen Geist des Diebes umtauschen auf Geist Christi der zum Beispiel vorbeigeht und schaut da liegt ein Mobiltelefon mit einem abgebissenen Apfel und ein neueres Modell mindestens 1200 kostet es aber da ist schon ein Riss im Glas und er schaut und sagt oh schade hat im Internet geschaut wo kann man so ein Glas kaufen ist gekommen und sagt hör mal Lai mi dein Mobiltelefon замenill ему Schicklo und верnul Bratu hat ihm Glas ausgetauscht und hat dem Bruder wieder gegeben kann so was sein theoretisch wird gesagt alles ist möglich alles ist möglich тому Apfel-Modell neuerste Modell manche lassen es irgendwo liegen gehen so nicht bewuszen mit solchen Sachen er braucht ein Handy die machen Business die reden Tag und Nacht damit die brauchen ein gutes Gerät jemand hat es vielleicht nicht nötig so ein teures Gutes irgendwie hat das fallen gelassen bei uns vom Tisch fallen gelassen und ein Riss drin sagt er ständig gehen bei mir die Handys dann habe ich mir so geschaut und mein Herz wurde auf einmal so schmerzhaft als ob das meins ist weil es schade ist auch wenn bei anderem kaputt geht ist es doch schade obwohl ich weiß er wird nicht viel leiden er wird wahrscheinlich neues kaufen müssen aber ich ging ins Internet und habe geschaut was kann ich tun kann ich ihm irgendwie helfen ihm das austauschen ihm ein bisschen so Freude zu machen der Geist Christi was ist das wie sieht er aus die Jünger ich werde wiederholen diese Geschichte Jünger gehen mit Jesus nach Jerusalem das war vor Jesus kurz vor Jesus leiden und die schaffen es nicht vor Dunkelheit einbruch dort zu kommen und wollten in einem Dorf übernachten in einem Samariter Dorf Samariter mit Juden hatten sowieso nicht viel gemeinsam und sie kommen und sie kommen dahin und steht geschrieben Jesus schickt voraus eine Gruppe von Menschen damit sie dort schon mal Unterkunft suchen und erfahren wo man sich niederlassen kann und als Jesus schon kam mit den anderen steht geschrieben er sah aus wie ein Wanderer der nach Jerusalem unterwegs und dann geht er läuft auch weiter und dann geht und dann geht auch weiter und steht geschrieben dort wurden sie nicht angenommen die Bodyguards sind aufgesprungen die Flügel ausgebreitet Herr sag nur ein Wort wir werden gleich vom Himmel herunterkommen lassen und wir werden diese Stelle dem Erdboden gleich machen wir wissen wenn die Sonne Laune haben wo wir alles niederfegen wollen dann denken wir über gar nichts nach nicht darüber dass dort Eltern sind und kleine Kinder sind die überhaupt nichts dafür können mich hat man beleidigt was hat alles andere damit zu tun und dazu noch ich bin gekommen mit guten Absichten ich wollte nicht nur übernachten brauchen wir jeder von uns hat Recht um ein Dorf niederzureißen oder eine Stadt und manche würden sogar ganzes Land den Erdboden gleich machen viele schimpfen immer noch auf Russland Russland gibt es schon lange nicht mehr Sowjetunion gibt es schon lange nicht mehr und die schimpfen immer noch auf Sowjetunion Halleluja lass los diese Sowjetunion und die sagen kommt lass uns das vernichten wie Elias das gemacht hat und hier sagt Jesus wisst ihr nicht welchem Geist ihr seid und hier ist die Rede über unseren Geist ist er verändert oder nicht und hier hat Jesus gemeint dass der Geist Christi ist der Geist der gekommen nicht um zu vernichten sondern um zu erretten meine Freunde und hier ist auch nicht die Frage wurde ich geehrt oder nicht geehrt ich wurde doch nicht geehrt komm ganzes Dorf verbrennen ja was ist schon dabei fahre nach Nordkorea dort wird so gehandelt es gibt noch manche paar Stellen auf der Erde wo so gehandelt wird lebe dort und dort pumpe deine Gerechtigkeit das ist nicht der Geist der euch überhaupt dazu gebracht hat solche Worte zu sagen überhaupt der Sohn des Menschen ist gekommen nicht um die Seelen zu verderben sondern zu erretten und das ist eine von Eigenschaften vom Geist Christi das ist sehr wichtig dem Jesus war das ganz gleich wurde er geehrt oder nicht geehrt bestimmt hätte er sich gefreut wenn er dort übernachten durfte möglicherweise vor der Nacht viele Samariter hätten noch Heilung bekommen kann das so sein ich glaube sogar dass es so sein wäre vielleicht noch etwas hätte sich dort verändert aber die haben ihn nicht angenommen nicht angenommen aber muss man doch jetzt nicht Rache nehmen muss man sie weiter leben und auch nicht weniger als davor пока он узнал dass ihn nicht angenommen wurde nein weil das ist Geist Christ er liebt weil er liebt weil er die Liebe ist Amen und schon wir können wir prüfen wie ist meine Reaktion ich sage ganz ehrlich manchmal möchte ich für eine kurze Zeit wenigstens Elia sein wenn es nicht mich anbetrifft ich meine jetzt wenn nicht über mir das Feuer wenn man auf Fuß drauf tritt dann betrifft es mich dann fängst auf einmal in anderen Zungen zu sprechen aber nicht in denen die Heilige Geist gegeben hat manchmal gibt es noch ehrlich ich sage ganz ehrlich ich sage Herr vergib mich dafür manchmal ist so ein erhobenes Gefühl der Gerechtigkeit da ich und möchte so rechts und links alle und das ist aber nicht der Geist Christi und wenn das nicht der Geist ist dann muss man davon frei werden wenn wenn anerkannt bist als deutsch gibt man die deutsche Staatsbürgerschaft aber wir reden jetzt über Geist wir jetzt einige Schriftstellen anschauen ich möchte heute noch viel schaffen am besten über den Geist Christi können wir lesen in der Bergpredigt von Jesus Christus wer weiß nicht was ist Bergpredigt dann werde ich euch sagen das steht in Matthäus 5 6 und 7 Kapitel unbedingt liest es zu Hause durch und dort werdet ihr sehen schon beim Lesen einige Konflikte und die Bibel sagt ganz klar über bestimmte Dinge Matthäus 5 20 denn ich sage euch wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen wie ähnlich wer den Geist Christi nicht hat der ist auch nicht seins und wer Gerechtigkeit hat wie Schriftgelehrte und Pharisäer die werden nicht in das Reich der Himmel und was für eine Gerechtigkeit hatten Schriftgelehrte und Pharisäer von Werken wird gesagt heute nennen wir das Selbstgerechtigkeit Selbstgerechtigkeit mit seinen eigenen Werken wollten die gut und richtig werden immer gezeigt so als die Werke und die Werke waren auch noch so dazu dass die zum sehen waren so und wenn keiner gesehen hat dann waren die anders mit Heuchelei war das verbunden alles Heuchelei die haben über Gerechtigkeit gesprochen die gefestigt war auf Werken des Gesetzes und Jesus wendet sich hier an die Menschen und sagt wenn eure Gerechtigkeit sich nicht verändert sondern so bleibt wie bei Schriftgelehrten und Pharisäern dann werdet ihr Reich Gottes nicht sehen wie eure eigenen Ohren kann man wenigstens im Spiegel sehen aber Reich Gottes werdet ihr nicht sehen warum 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 Gott nicht diese Gerechtigkeit von Pharisäern und Schriftgelehrten weil ihre Gerechtigkeit hat ähnlich ausgesehen wie Gerechtigkeit von Adam und Eva nach dem Sündenfall und womit wurde sichtbar ihre Gerechtigkeit mit Feigenblättern die haben sich schnell so Kleider genäht ich würde mir gerne die Eva anschauen damals und Adam auch nachdem Gott sie so erwischt wo seid ihr und die kommen so aus den Gebüschen wir sind hier mit so einem Minirock aus Feigenblättern wir sehen doch gut aus Herr wir sind nackt wir haben uns verborgen und dann haben die schnell reagiert was muss man Staub in die Augen um zu zeigen ja Herr so schlecht sehen wir doch gar nicht aus und bis zum heutigen Tag versuchen wir uns mit eigenen Werken zu gerechtfertigen irgendwie nackte Stellen zu verdecken und zu sagen Herr so schlecht gehen sehen wir doch nicht aus und diese Gerechtigkeit die stinkt die braucht Gott nicht die sich los sagt von dem Opfer Christi und baut alles auf auf menschlichen Bemühungen Gott wird nie damit einverstanden sein wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die Gerechtigkeit von Schriftgelehrten Pharisäern dann vergisst den Himmelreich Gottes lasst uns anschauen auf was hat sich die Gerechtigkeit von diesen Menschen Römer 10 1 bis 4 wir lesen einfach durch was Paul Brüder Brüder ich füge noch hinzu auch Schwestern Brüder und Schwestern ohne Schwester wohin sollen wir uns bewegen ihr seid mehr Brüder und Schwestern das Wohlgefallen meines Herzens und mein Pflegen für sie zu Gott ist dass sie errettet werden denn ich gebe ihnen Zeugnis dass sie Eifer für Gott haben aber nicht nach Erkenntnis was sagt Paulus hier die sind eifrig die wollen aber wollen so wie die Jünger in diesem Dorf alles niederreißen so standen die für Jesus wollten alles vernichten aber hier haben die Probleme die haben keine richtige Erkenntnis das hat sich bis heute nicht verändert denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigenen Gerechtigkeit aufzurichten trachteten haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen die haben Gerechtigkeit Gottes nicht verstanden hier wird uns schon ganz deutlich gezeigt es gibt Gottes Gerechtigkeit und es gibt eigene Gerechtigkeit mich mich schon gepackt Gemeinden und Menschen in den Gemeinden bis hierhin in diesem Moment möchte ich Elia werden Menschen die ständig ihre Gerechtigkeit wollen ich bin gut und der ist schlecht wenn du so denkst dann hast du hier zu wenig написано die erkennen nicht Gerechtigkeit und versuchen mit eigenen Mühen eigene Gerechtigkeit aufzustellen noch mehr sich Mühe geben jetzt hat nicht geklappt nächstes mal klappt es переключ Gerechtigkeit nicht es es so es nicht geschrieben Wenn du nicht mit Mühe und Kraft nehmen wirst, versuch auch nicht, wird nichts klappen. Das wird nicht mit Gewalt genommen. Es wird mit Glauben genommen. Durch Gnade, sei er retter durch den Glauben. Nicht durch eigene stinkende Gewalt. Entschuldigt, warum stinkende? Weil Mühe riecht nach Schweiß. Und Schweiß war noch nie Segen. Wann wird zum ersten Mal über Schweiß geschrieben? Direkt nach dem Sündenfall. Потеть будешь, дорогой, всю жизнь. Fokus это, ну, 0. Und Adam schaut und denkt, was ist aber Schweiß? Sehr schnell musste er kennenlernen, was Schweiß ist. Посмотрите, дорогие, разумея, не понимая праведности Божией, они все силы вложили поставить праведность своими силами, исполнением определенных обрядов, законов и так далее, и так далее. Indem sie Gottes gerechtigkeit nicht erkannt haben, haben die sehr schnell ihre eigene gerechtigkeit und das ist nicht Geist Christi. Das ist Geist, vielleicht Moses, vielleicht Elias, aber nur nicht Christi. Äh, праведности Божией. Потому что, ну, куда еще яснее, не знаю. Конец закона, Христос. Все, закончили. Христос пришел, закон упразил. Аминь. Для чего? Wofür? Наташа, для чего? Наташа, wofür? Праведности всякого верующего, правда же? Ну, как классно. Вот, он закончится, что, это глава с законом закончена. К вашей праведности, братья и сестры. Кааа. Просто так ничего не делать и быть праведником. Почему ничего не делать? Веровать. Глаубен. А, ну, веровать, знаешь, это как-то. Это как-то, ну, слишком дешево. А что ты тогда не веришь? Если это так просто, что ты не веришь? Ты не веришь Писанию, ты не веришь Богу, ты не веришь Словам Иисуса Христа. А Павел для некоторых вообще не авторитет. И Павел для некоторых вообще не авторитет. Ну, конечно, если он так говорит. У них мозгов нет, они... Давайте так по-своему переведем, как бы мы сидели в разговорной речи. Не разумея праведности Божьей. То есть не понимая ничего там в праведности Божьей. Они ревностны, но не по уму. То есть тут по рассуждению у них вообще ноль. Но они все такие умные. Но они все таки умные, все праведники по плоти. Не разумея праведности Божьей. Усиливаясь, спасая собственную праведность. Они отказались от праведности Божьей. Все. И если ты отказался от праведности Божьей, ну, чем ты пристанешь перед ним? Да, Господи, мы целую нашу церковь 1045 евро перечислили святым. Хорошо, молодцы. Давайте дальше. Это не делает тебя праведником. Это не делает тебя праведником. Праведником нас делает жертва Иисуса Христа. И вера в эту жертву. das Opfer Jesu Christi und das wir glauben an dieses Opfer. Halleluja. Итак, Duh Christoph, одна из этих особенностей Duh Christoph тоже, это праведность по вере верою никогда не показывая на свои дела, что ты вот то и то сделал, поэтому ты хороший. Матвея 5, глава 21-22 стих. Ой, 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 ой. 21-22. Есть так много везде. Я хотел так быстро проскочить, не получается. Я хотел так быстро проскочить, но это не получилось. Запоминайте хотя бы то, что я говорю. Запомните раз и навсегда. Меркайте, что я говорю. Чтобы в следующий раз снова не говорить о праведности и все сможет. Dass мы на следующий раз не говорим о праведности. Да. И мы все время снова и снова начинаем там, где закончили вроде. Опять начинаем зарабатывать не заработаем никогда. Мы можем заработать, есть вариант. Когда ты все время будешь уповывать на его жертву. И каждый раз будет ставить Punkte тебе. Но если не получается, мне не стыраться. aber wenn es so nicht klappt soll ich mir wohl nicht Mühe geben wie dann Matthäus 5, 23, 24 ihr habt gehört dass zu den alten gesagt ist du sollst nicht töten zu den alten unseren Vorfahren wurde gesagt aber wer irgendjemanden tötet wird den Gericht verfallen sein Jesus sagt ich sage das was die alten gesagt haben das haben die alten gesagt ich habe ein anderes Wort an euch ich sage dass jeder der sein Bruder ohne Grund zürnt dem Gericht verfallen sein wird so bist du zörnig auf deinen Bruder und schon bist du vorgelegt напрасно jetzt если du докажешь hier steht ohne Grund wird gesagt hier steht aber ohne Grund wir положen на одни Wiese твоего Gnev на другие что брат сделал или сестра против тебя und auf die andere und auf die andere und auf die andere aber тут еще не говорится ни о чем что ты сделал что-то подлежит furchtbar то есть это серьезно ну мы же серьезно не берем опять христоф ihnen drin hast der noch nicht christ да и вы поймите одно я сейчас не собираюсь кого-то вы защитили может быть я себе одинаково с вами проповедую потому что замечаю Ich merke, dass wir das Wort Gottes manchmal gar nicht ernsthaft nehmen. Jetzt ganz ehrlich. Hebt die Hand hoch. Wer diese Schriftstelle so ernsthaft genommen hat, dass er sagt zu jemandem, du dummer, und dann geht er schon in die Hölle. Jemand hat so ernsthaft diese Stelle mal betrachtet. Ich auch nicht, so ernsthaft nicht. Und dann schaue ich Ergebnisse, die sind nur nicht so, wie sie sein sollten. Deshalb heute möchte ich zeigen, wie widerlich ist Sünde, und wie Gott dazu steht, zu solchen Worten. Aber hier ist es über unsere Beziehungen zwischen uns. Wer zündet auf seinen Bruder, der ist im Gericht verfallen, und wer ein Dummer oder Dummkopf nachsagt zum Bruder, der geht in die Hölle. Matthäus 5, Vers 23, Vers 24-24. Heute bringen wir solche Opfer nicht, wie damals. Aber wir bringen Lobpreis. Wir bringen Finanzen. Die Bibel sagt, wenn du kommst, ich sage so, mit meinen eigenen Worten heute, wenn du vor Angesicht Gottes kommst, du kommst, ihn anzubeten, ihm Dank, Lobpreis zu bringen, und auf einmal hier hast du verstanden, dass du ein ernsthaftes Problem mit deinem Bruder oder Schwester hast. Du liebst ihn nicht genug. Die Bibel sagt, lass deine Anbetung sein, und versöhne dich zuerst mit Bruder und Schwester, und bitte um Vergebung. Sag, ich weiß nicht warum, aber irgendwie liebe ich dich im Moment nicht so genug. und dann geh zurück und bringe deine Gabe da. Das ist der Geist Christoph. So handelt Jesus. So möchte er, dass auch wir handeln, du und ich. Amen. Das ist bei ihm so. Wenn jeder von uns ernsthaft das Wort Gottes annehmen, und unser Herz bringen als Opfer für Gott und sagen, Herr, hier, schau dir an, was hier noch nicht Christi ist. Und wenn wir uns ihm hingeben, damit er uns verändern kann, du nicht verändern kannst, dann wirst du nicht derselbe bleiben. Und wird die Gemeinde dieselbe bleiben. Du bist doch ein Teil der Gemeinde. Wir werden nicht so bleiben. Wir träumen nur davon, über etwas Gutes, über Friede und Liebe in der Gemeinde. Das sind gute Wünsche. Aber wenn wir das Wort Gottes nicht ernsthaft betrachten, wird alles sterben auf diesem Wunsch. Aber wenn ich damit nicht einverstanden bin mit so einer Einstellung und sage, so darf man nicht mit dem Nächsten handeln. Ich kann mich erinnern, ein Bruder in Notpreis hat gespielt in Kaisersäschi. Und die sind dann umgezogen. Und die sind bei Eugen in der Gemeinde. Und wir hatten mit ihm so einen Konflikt. Er hat etwas, Edic kennt ihn. Alle Künstler sind so sonderbar, außer Edouard, aber alle anderen. Er hat etwas Gefühl, sie fühlen sich anders. Guter Bruder. Alles super. Begabt. Aber mal hier mal. Jeder Mal aufs Neue musste man dieses Thema aufrollen. Und er ist dann umgezogen. Als dort die Gemeinde angefangen hat, ist er dahin umgezogen. Und ich sagte, ja, du kannst fahren. Aber ich kenne ihn ja. Vor ein paar Tagen hatten wir noch das Gespräch. Und er hat die Flucht so ergriffen. Wie Jona nach Tarsis. Und ich sage zu ihm, weißt du was, mein Lieber? Ich habe ihm einfach nur ehrlich gesagt. Ich sage, ja, du kannst zwar fahren. Du kannst zwar auch hier dienen. Aber du kannst auch fahren. Aber eins möchte ich dir sagen. Kudar бы ты nie поехал. Egal, wohin du fährst. Das, was du in dir hast, es fährt mit dir. Und jetzt ist eine neue Zergebung. Natürlich, alle Menschen brauchen прославление. Sehr oft in einer neuen Gemeinde werden Menschen gebraucht, hier und da dienen. Aber das alles fährt mit dir mit. Und das wird dich, egal wo du bist, hindern. Du wirst niemals so richtig Gott dienen können. Er ist heute nicht im Lob. Das ist genauso auch dort schnell passiert. Aber was will ich damit sagen? Die fangen dort mit der Gemeinde an. Nach einer kurzen Zeit bin ich dorthin eingeladen worden zum Dienen. Ich komme dorthin, um zu Dienen predigen. Und er sitzt dort. Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm das zwar gesagt und ich habe gesehen, dass er sich beleidigt hat, weil ich habe ihm ganz klar gesagt, ist doch unangenehm, oder? Du predigst und weißt, dass da so einer sitzt. Und was gegen dich hat. Nur weil du mit ihm so ein ernsthaftes Gespräch hattest davor. Gottesdienst war zu Ende, da gab es Kaffee und Kuchen und ich bin direkt zu ihm. Habe ihn gepackt, an der Hand, zur Seite. Er dachte, ich werde ihm vielleicht wieder Moralpredigt halten. Und ich sage, weißt du was? Ich weiß, dass du beleidigt bist, dass ich das und das gesagt habe. Und ich habe so gesagt, wie ich das gesehen habe. und ich finde, ich hatte recht in dem, was ich gesagt habe. Aber ich sage, du bist jetzt hier und ich bin dort. Und damit uns beide nichts hindert, Gott zu dienen, ich sage dir, ich lasse dich frei, vergib mir, wenn ich dich beleidigt habe. Und diene hier Gott einfach, wie du kannst. Ich werde dort sein und du hier. Er hat seine Augen aufgemacht und konnte nichts sagen. Er war damit niedergeschmettert und ich bin gegangen. Ich bin gegangen, Kaffee trinken. Nach einer Viertelstunde ungefähr kommt er. Er hat mich angeschaut und sagt, du nimmst das aber cool hin. Wir sind in guter Beziehung heutzutage noch. Alles gut. Ich komme dorthin manchmal zum Dienen, wir sind immer noch da. Wir sehen uns und sind froh einander, erinnern uns an gewisse Momente. Wir dürfen nicht im Hinterhalt etwas lassen. Etwas, was uns hindert, geschwisterlich zu sein. Geh, wenn du dich erinnert hast, und versöhne dich mit ihm. Manchen gelingt es, Monate und Jahre lang sogar in einer Gemeinde zu leben, und die ganze Gemeinde weiß sogar manchmal, dass die etwas gegenseitig gegeneinander haben. Na und? Jesus hat doch gesagt, muss man sich versöhnen. Jesus hat vieles gesagt. Hör mal, wenn Jesus schon keine Autorität für dich ist, wird wohl Waldemar für dich Autorität sein? Nein, natürlich nicht. Aber gerade das möchte Jesus. Dass wir nicht die Schrift für uns verändern, sondern damit unser Herz verändern. Nach Duh, unser Geist становился Duhem Christen. Und wenn du das möchtest, dann musst du zertrampeln deinen egoistischen Geist. Und dann wird dein Geist sich verändern im Geist Christi. Ich garantiere dir, ich garantiere dir, wenn wir alle so handeln werden, so wie ich zum Beispiel diesen Beispiel gesagt habe. Ich könnte viele Beispiele zu diesem Thema machen. Aber damit keiner sagt, ja, der gibt an damit. Ich möchte nur zeigen, wenn wir alle immer so handeln werden, in diesen Situationen, wo den Teufel gelungen ist, uns in eine Zwietracht reinzubringen. Der Teufel wird einfach Stellungnahme in deinem Leben verlieren. Und es wird Zeit kommen, wo solche Varianten immer weniger, weniger und ganz verschwindeln werden. Weil bevor die kommen werden, du hast schon vorher entschieden, alles zu vergessen und zu verzeihen. Halleluja! Und dieser, dein Geist verändert sich. Er ist dein Geist Christi. Und du musst dir dann nicht Mühe geben, jetzt muss ich mir Mühe geben, zu vergeben. Am Anfang vielleicht schon. Aber dann wird das Normalität im Leben. Ну, кто nicht? Кто ist das без греха? Первый, bross den Kamen. Ja, wer ist ohne Sünde? Wirf zuerst den Stein und dann verstehst du direkt, dass du hast Glück gehabt, dass du hast Glück gehabt, weil du hast viele Sünde. Deshalb vergeben ist einfacher. Amen! Halleluja! Das ist wichtig und da sollen wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Prichodя v Prisutствие Bожие, indem wir kommen in Gegenwart Gottes, indem wir kommen zum Gottesdienst. Wenn Gott und Heilige Geist dich erinnert, dass du mit jemandem Feindscharzt hast, ihr geht rein und geht umeinander ein Bogen, begrüßt einander nicht. vor dem Gottesdienst, vor dem Lobpreis, einer von euch, seid mutiger, nehmt und zehre den Bruder oder die Schwester in ein Zimmer und sag, hör mal, ich möchte so Gott nicht anbeten. So möchte ich Gott nicht dienen. Mit einem Widerstand in meinem Herzen. Ich persönlich, ich wollte dort so nicht predigen, in dieser Gemeinde. Es ging Zeit vorbei, alles hat seine rechte Stelle angenommen. Von ihm hat ein Lobpreisleiter nicht geklappt. Und ich bin immer noch ein Prediger. sogar auch in der Gemeinde predige ich immer noch. Halleluja! Бог всегда все поставит auf seine rechte Stelle. Gott wird immer alles auf seine rechte Stelle stellen. Matthäus 5, 31, 32. Matthäus 5, 31, 32. Ich sage euch, dass jeder, der ein Weib ansieht... Das ist etwas anderes. Das ist Drei. Das ist Drei. Das ist Drei. hier sind zwei Worte das ist falsch Gott ist gegen Scheidung Malachi, der Prorok sagt, ich hasse Scheidungen sagt Gott das einfach nimmt mit das ist der Geist Christi und er hat sich nicht verändert im 21. Jahrhundert heute hat Gott immer noch Scheidungen боритесь um eure Ehe das ist alles dazu zu diesem Punkt und jetzt ihr habt gehört das ist wieder nicht nein, das Ehebrechen es verschiebt sich ein bisschen Russisch und Deutsch gut переводи просто переводи еще раз вы слышали, что сказано Ocke за Ocke и зуб за зуб ihr habt gesagt das ihr habt gehört dass Matthäus 538 Zahn und Auge und Auge 38 40 ja ja Matheя 5 38 38 48 jetzt 38 40 jetzt ja also Auge um Auge Zahn um Zahn а я говорю вам und ich sage euch не противьтесь злому widersteht nicht dem Bösen смотрите здесь снова ihr schaut wieder ihr habt gehört вам говорили euch wurde gesagt und uns wird viel gesagt oft да что ты смотришь на него если он тебя тут цепляет врежь ему один раз и не повтори второго удара чтобы он сразу сразу damit er nach einem Schlag schon runter fällt да вы говорите вам говорили да euch wurde gesagt а я вам говорю вот это важно то что там раньше забудь про это Jesus говорит я вам говорю не противься злому это не значит что противься злому здесь речь идет не противься злому злым понимаете речь идет это зло за зло не противься злому но кто ударит тебя по правую шоку а дай ему левую я думаю сейчас ты не посмеешь противься не противься смотри куда зацепишь до какого духа дотянешься да а то кончится воскресная проповедь трагически не противься не противься не противься но так написано правую шоку левую поставь левую и кто захочет с тобой судиться и кто с ним вы знаете вот люди сегодня некоторые любят судиться верующие судиться вот историю с Артуром знаете с этим домом кто знает я не буду об этом рассказывать я буду не рассказывать но за чего брат с братом судиться не мужчины с собой это можно было просто были у меня посидели поговорили я сделал предложение как это разуме все согласились через время летит письмо суд через адвоката библия говорит мирись соперником пока ты еще на пути я уверен что той второй половине в этом суде им больно достанется но кончится чем кончится кто первый пожаловался тот сполна заплатит но смогут ли они когда-нибудь друг друга еще смотреть в глазах вот вопрос чем а ведь на небеса но я уже говорил что там места много да может быть можно все так расplanировать чтобы за вечность ни раз не встретиться не знаю нет ничего за всю жизнь за вечность вечно будет там жить я не знаю может или нет но я думаю что пропуск туда не дадут с таким настроем сердце весело я расскажу но это же серьезно или нет это серьезно это серьезно там дело не стоит выеденого яйца если там разбираться в этом деле ну получилось там кто-то хотел что-то заподозрил что-то вот здесь вот здесь поставим здесь черту забывайте там потому что никто ничего не хотел стрих и стрих и расходите с миром радуйтесь Господи и все Ja, alles gut, passt für alle. So passt das für uns, ja. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt in Deutsch. Ja, alles gut, passt für alle. Ja, alles gut, passt für alle. Wenn die sich losgeworden wären, diese Kröte, dann wäre es nicht beim Gericht gelandet. Manchmal wundere ich mich, wie die Christen in die Probleme sich hineinbegeben. 100 Mal wird er nachher bereuen und sagen, wofür habe ich das? Paulus sagt, solltet ihr nicht lieber beleidigt bleiben, das ist der Geist Christi. Warum soll ich beleidigt bleiben? Mich wollten die betrügen, über den Tisch ziehen. Fast ein Jahr wohnte sie umsonst in diesem Haus und man hat versucht, sie über den Tisch zu ziehen. Wichtig ist aber, gib auch untere Kleidung, wenn obere verlangt wird. Ihr wisst doch, worüber du redest. Und wenn man dich packt, wegen den 50 Euro, die du irgendwie schuldig bist, gib doch 100 zurück. Und streite nicht darüber, gib doch 100 zurück. Ja, ich weiß ganz genau, ich habe das aber abgegeben. 100 Euro wird deine Lebensprobleme nicht kaputt machen. Dein Produktionsprobleme wird das doch nicht lösen. Aber wenn du Frieden bewahrst, wird Gott auch Finanzprobleme und Produktionsprobleme segnen. Glaub das doch einfach. Das ist der Geist Christi und der wirkt so. Ich möchte zwar nicht, aber ich muss Schluss machen. Ich werde es sowieso nicht schaffen. Wo haben wir aufgehört? Oka zu Oka, Zub zu Zub. Zahn für Zahn, Auge um Auge. Halleluja. Wer will wegen einer Kleinigkeit mit dir vor Gericht ziehen? Hier ist es zum Beispiel wegen einem Hemd. Gibt ihm auch die oberen Bekleidung. Gibt ihm auch das Sakko ab. Damit auch alles passt. Gibt ihm einfach ab auch das Sakko. Und mach alles um das Gericht zu umgehen. Und über Einkommen und Frieden. So wirst du vielen Nerven und Gesundheit erspart bleiben. Liebt ihr mich noch oder jetzt gar nicht mehr? Wenn ihr mich nicht liebt, dann müsst ihr nächstes Punkt lesen. Ihr habt gehört, Auge um Auge. Und Jesus hat gesagt, muss man lieben, selbst Feinde. Er ist zu Recht ein Pastor. Halleluja. Halleluja. Sлушайте, das ist wichtig, правда? Hört mal, das ist das wichtig, oder? Wenn wir von diesem für uns nehmen, uns drüber nachdenken, auch zu Hause, lest diese drei Kapitel durch zu Hause. Schaut euch die Punkte an, mit denen euer Herz nicht einverstanden ist. In der Regel, genau da, in diesem Bereich, will Gott mit euch arbeiten. Und wenn ihr einverstanden seid, im Herzen, dann sagt, Herr, schau tiefer in mein Herz hinein. Ich handele mich schon so, oder bin ich nur damit einverstanden? Und wenn der Herr dich anlächelt und sagt, gut, gut und treue Knieg, im Kleinen warst du treu, du bist gut, dann ist es gut. Aber wenn ihr sagt, manchmal ja, aber manchmal hier und da. Wir werden das direkt sehen, wenn wir mit Gott reden, mit dem Ziel, dass wir uns in sein Ebenbild verändern wollen. Ich bin dort noch nicht angelangt, aber ich werde nächstes Mal weiter dort machen. Dann kommt Gott gerne uns entgegen. Wenn wir einen Schritt machen, in die Richtung, um sein Ebenbild zu werden, dann macht Gott viele Schritte uns entgegen. Denn er ist interessiert, dass wir zu seinem Ebenbild werden, hier auf der Erde. Und das ist schon alles. Der ganze Problem ist nicht darin, dass man uns nicht verändern kann. Gott hat schon andere geschafft zu verändern. Problem ist, dass wir zufrieden sind mit gewissen Dingen. Fangen wir zum Beispiel mit der Familie an, mit der Ehe. In meiner Familie muss sich immer die Ehefrau verändern. Ich bin doch der Haupt. Ich bin doch der Haupt. Ich habe doch das Sagen und so weiter. Und in der Familie meiner Frau Ihr könnt euch schon denken. Ich muss mich immer verändern. Ist doch so bei uns. Ich sehe in ihr etwas, sie sieht in mir. Wir sind schon in einem Alter, wo das schon alles vergessen ist. Aber bei jungen Menschen ist es öfter. Je jünger die Familie ist, umso mehr. Und die Frage ist auch nicht darin. Die Frage ist nicht darin, wie du bist. Die Frage ist darin, wie möchtest du sein. Und viele sind zufrieden, damit sie möchten auch so sein. Ja, so hat mich Gott geschaffen. Nein, Gott hat dich nicht so geschaffen. Таким ты стал, когда du kusel вот это там zdub какого-то, желудь, которую не нужно было есть. So bist du geworden, nachdem du diese Frucht gegessen hast, die du nicht solltest. Das war nicht ich, das war meine Frau. Du sollst schlöbwаться вместе. Egal, beide sind da drin. Amen? Amen. Ja, поэтому вот, вопрос в том, беру я серьезно Слово Божие, не надоело тебе еще прятаться все время в церкви, чтобы не сесть рядом с тем братом, который тебе достал один раз. Вот такой вопрос. Если надоело, я обычно всем советую, когда конфликты есть, пригласи в гости, сделай столик, накрой хорошо, кофе покрепче, если другого нету ничего. привезти к тому, да, но за кофе, за кружкой Чаю, где? Кофе, где тоже надо, да. Пригласи домой, сделай шашлыки. Zu Hause. Мах Грил. Halleluja, понимаете? Versteете das? Можно все. Мы же все люди, мы можем разговаривать. Тем более, когда мы братья и сестры, мы хотим на небеса. Wir wollen alle in einen Himmel. готовимся к восхищению церкви. Мы готовимся к восхищению церкви. Чтобы вдруг на полдороге, знаешь, твоя праведность подведет и только поднимешься. Выше крыши. Выше крыши. И все дальше не потянет. Выше крыши. Святости недостаточно. И вы будете обостроваться. Ух, класс, да? Есть не genug Heiligkeit. Вот эти вещи, они же как Грус стянут вниз. Мы же знаем. Непрощение и прочее. Ух, класс, да? Поднялся выше самого большого Столба. И там вдруг раз и рухнул. И потом отскребать будет. И потом отскребать будет. Когда все заранее приготовлено. Когда мы все время сидим, чтобы остаться легкими, Господа. damit мы легко в Геисте во Гествии пришел, нас так и потянуло туда. И вновь он приходит и потом ganz легко швебет опять. Отец Небесный, спасибо тебе за все великое благословение. Иисус, спасибо тебе за эти наставления, которые ты оставил нам. благодаря тебе за то, что ты у нас hinterлазил. И ты хотел показать нам, что такое Дух Христов, твой Дух. И ты ожидаешь этого от нас. И мы хотим быть тебе подобными. не только на словах, но и на деле. Да, мы хотим, чтобы наша жизнь менялась, преображалась, все больше и больше в твой образ. Помоги нам. Мы хотим любить, как любишь ты. Прощать, как прощаешь ты. Мы не хотим воздавать злом за злом. Мы не хотим быть жадными. Мы не хотим несправедливости. Мы хотим справедливо и милосердно относиться с нашими братьями и сестрами. Помоги нам, Господи. Да, мы хотим этого. Преображайся в нас. и преображай церковь твою и преображай твою во славу твою в твой и имя Иисуса. Ва имя Иисуса. Аминь. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение святого Духа да пребудет со всеми нами и весь народ и весь народ Аминь. Будьте благословенны, но мы не расходим. Субтитры создавал DimaTorzok